Da. Boah. Boah. Da fängt er vor, man nicht. Boah, aber. Gesundheit schleichen. Alter. Das ist nice. Tut mir dann umsonst. Aber die Maske stört mich ein bisschen. Wenn ich ein Photon machen möchte. Wenn ich ein Photon machen möchte, ne. Gucke ich grad mal. Wie sieht das andere alles? Ach, wir sind ja grad mal hier. Den müssen wir haben, ne. Boah, das kostet aber viel, ey. Mann, ich will diese komischen Heckdinge haben. Wie bekommt man die eigentlich? Ohne was zu kaufen. Ohne. Mann. Auf jeden Fall... Ist das der? Hä, wo steht der Name? Warte. Ja. Sieht aber blöd aus, finde ich. Boah, der sieht geil aus. Guck mal. Bei dem habe ich das... Ne, das ist äh... Weißerlich, ne. Boah, das sieht krass aus. Tausend. Krass. Ah, hier bin ich auch ganz hinten. Was ist denn hier? Ah, den muss ich freischalten. Die Umgebung mirabos. Die Umgebung mirabos. Warum kostet das? Warum kostet das so viel? Wir müssen nach der Mission mal sehr, sehr viel drohen. Boah. Aber erst mal... Hallo Elise. Oder ich mach's einfach auf gleich. Du hast es recht. Marie Levecks Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais de Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Leveck gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Die haben mir aber noch nicht gesagt, ich liebe dich, ne? Also so an... Die sind ja zusammen, denk ich mal, ne? Weil die sich... nahe standen, ne? Hm. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Die blöde Klippenschlampe, ey. So. Oh. Oh. Puh. Das wird nicht einfach... 60 Wachen, boah. Neun Alarmglocken. Krass. Kein Alarm, der muss... Oder versteckt uns gering. Und... Und, wie geht's? Merci. Seid ihr wohl auf? Alles gut. Wenn ihr für meinen Schutz sorgt, verspreche ich euch ein großes Spendakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da! Okay. Ja, schon, oder was? Beinahe Geschaffte! Hoppe, halten Sie halt. Mach auf! Vorsicht! Hier kommen noch mehr! Noch eine Bande Halumpen! Geh mal kurz, Kerl! Halt dich vor! Herzlich willkommen! Ganz kommen! Ah, sehr Deluxe! He? Herzlich willkommen! He? Hierbei's gibt es doch eine Bedeutung! Werden sich nicht daran? Hat sie mir rotter? Ne? Guck! Jetzt! Ich werde dich schicken. Okay. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Ablenkung durch Feuerwerk sichergestellt. Okay. Dann gehe ich jetzt zurück zu dieser einen Frau. Wer Mann? Bitte. Was ist das jetzt geworden, Michelle? Wir schicken dich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Und das nennen sie also Justiz? Stünde es in meiner Macht. Ich breche diese Gitter in zwei und erkämpfte mir meine Freiheit. Das würde jeder, der gefangen ist, ja. Ja. Oh, Michelle. Bitte. Bitte. Ich hätte mal ausstatten sollen. Das dürft ihr nicht. Verschwinde. Ui. Daneben voll. Okay, bye. Ihr geht alles in Ordnung? Boah, ich hätte schon jetzt von, äh, der Säckerfeier. Daneben voll. Das sind einige, boah, das sind einige. Wo, 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 wo. Schade. Ja, jemand hier bei Säckerfeier oder wasser. Ja, Phantom. Hilfe. Boah, hast du mit deinem Hals? Warte. Ach man, ich habe keinen. Ja, ich habe keinen. Ja, ich habe keinen. Ich habe keinen Alarm auslösen dabei, das wird aber mega schwer. Das ist glaube ich schon unschaffbar. Und jetzt ist er da. Da gibt es kein Rollbein. Alter. Wo ist der das? Boah, das ist schwerer, oder? Wir müssen da jetzt hier rumkommen, oder nicht? Wo sind die denn? Die kommen. So, jetzt, wenn er es vor dem Ball geht, ne? Genau. Oh, shit, der will Kompane. Hey, das ist halt ein schönes Schläger. Ey. Sollst du doch nicht das nehmen. Alter, leise. Ich geh hier jetzt. Lasst uns hier raus! Ich glaube, das ist... Lasst mich raus, und ich gehör dir. Pass ab, der war. Halt, was, der war. Halt, was, der war. In die Hose, etwa, der war. So, mal auch auf uns. Bitte. Los, los! Hälft mir. Ja. Nicht raus! Gut. Das war's für ein Kiel. So, why not? Meine Güte. Kein Alarm auslösen. Nice. Was? Ey, das hab ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, oh, ich hab... Scheiße, das war blöd von mir. Nein, bitte nicht von vorne, ey, es ist doch... Ah, okay, ich hab bald das... Aber hey? Das sind alle wieder da. Ach, das ist doch kacke. Was macht der? Ey, du bist doch ein Vogel. Willst du fliegen? Kack der Vogel, ey, ganz im Ernst. Das hört mich so auf. Das ist ja viel Scheiße. Kletter doch hoch! Was ist denn? Aha. Da ist er. So. Hm. Okay. Scheiße, ich muss die Tasten finden. Die ist so dunkel. Du bist so dunkel. Du bist so dunkel. Das ist ja ein Braster. Das hat die Stadt dann nicht erreicht. Da ist ein Thomas Lübeck. Start, wir wirst du nicht heilen. Lass doch hin! Ey, worauf geht das nicht? So, mach mal Licht an, ey. Krass, scheiße. Ist immer so blöd, wenn es dunkel wird, dann... So eine Plage, ey. Was machst du, du sollst einfach nach rechts gehen, ich gehe doch auch nach rechts. Du bist doch Behinderten-Kopf, ey, ganz im Ernst. Wir stürzen sich dann da runter. Wenn ich noch da gehe, dann heiße ich es auch da. Boah, ist das ein Idiot. Schnauze, fick deine Mutter. Kein Spaß mehr, wirklich. Schwachsinn, ey. Warte, da gibt es hier einen Händler, komm. Ich halte es nicht mal aus mit dem Scheiß hier. Ganz im Ernst. Hier ist ein Geschäft. Ei, pfff. Das regt mich jetzt momentan so auf, dass ich keine Dinge ins Phantom kriegen habe. Dann könnte ich da richtig umwetzen. Geh runter, geh runter, hör auf, kletter auf, zu spielen, hör auf. Wenn du klettern sollst du dann, dann machst du es, aber... Machst du es nicht, dann, äh, aber wenn du kletterst, dann geht's, dann machst du nicht, ne? Dreckstack. Dreckstack. So. Alter, wie viel kostet das denn bitte? Puh. Toll. Man merkt, Missionen bringen viel. Besonders wenn man die Items einsetzt. So. 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 Hey, Moune. Komm nur, wenn ich so beklärt bin, bist du immer ein paar Sachen. Oh, 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 oh. Das wird nur zwei Vertunklinge machen können, ne? Ach, das sind schon alle tot. Ach so, die bleiben. Aber hier, die sind ja noch da gewesen. Das verstand ich jetzt nicht. Oh, 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 oh. Der wird Leben einfach nur noch. Was ist denn der? Oh oh. Was war das? Vielleicht deine Mutter. Warum? Da bist du ja! Boah. Was geht mit dir noch? So, wo ist denn das mit? Oh. Oh. Was ist das denn? Na komm her. Oh. Wo kommst du denn her? Hier ist eine Alarmglocke Ach, das ist das Feuerwerk, ne? Oh, was ist der? Boah, krank Was, die überleben noch? Ich bring dich ab! Boah Die töte ich ja später, die können so lange Ähm, ja, ist es Ah, das soll auch ne Glocke rein Ah, wo ist Dingens? Das ist Thomas Hick Ich muss nach dem suchen, ne? Machen wir hier schon? Ja, ne? Da kamen wir Ah, wo ist denn der Thomas Leweck Boah, ist der verleert Ach so Ach so Scheiße, ich halte besser meine verfluchten Augen offen Ich habe eine Familie, Monsieur, lassez-moi m'en aller, je vous en suive! Ich habe eine Familie, Monsieur, lasse-moi m'en aller, je vous en suive! Ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, 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 ich So. Hier ist der. Oder? Hey. Hä, ich hatte gerade irgendwas zu grünes. Das ist unter mir, ne? Das muss ja sein. Äh, ist denn der? Oh. Was ist denn der? Was ist denn der Verräter?